Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Bananensmoothie mit Joghurt. Der Bananensmoothie mit Joghurt ist ein toller Start in den Tag. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Bananen, 200 Gramm Joghurt, 125 Milliliter Milch, Tropfen Vanillearoma, etwas Honig. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Rührschüssel, Pürierstab, zwei Gläser. Zubereitung Die Bananen pellen und in Scheiben schneiden. Die Bananen, den Joghurt, die Milch und das Vanillearoma in eine Rührschüssel geben. Alles mit dem Pürierstab gut mixen. In die Gläser abfüllen, etwas Honig auf den Smoothie geben und sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Ein leckeres Müsli. Diese Varianten gibt es. Punkt, Punkt, Punkt. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!